Die Rundwanderung Brandt-Burgstein startet im Ortszentrum von Lengefeld bei der Kirche, wo bereits Wegweiser zu finden sind. Dem Fischbach entlang geht es auf einem Forstwanderweg Richtung Brandt und nach ca. einer halben Stunde Gehzeit erscheint ihm mitten einer Wiese die am Hochplateau gelegene Jausenstation Brandtalm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach einer Stärkung und dem Genuss der fabelhaften Aussicht geht es dann auf fast gleichbleibender Höhe im Wald mit etwas auf und ab, tal einwärts weiter Richtung Burgstein. Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist die 2013 errichtete und über 200 Meter hohe Hängebrücke, die mit anregenden Tief- und Ausblicken aufwartet. Wenig später hat man auch schon das nächste Hochplateau erreicht, Burgstein. Von dort aus geht es wieder bequem den Wanderweg hinunter zum Ausgangspunkt in das idyllisch gelegene Lengefeld. Mehr Infos zum Rundwanderweg Lengefeld Brandt-Burgstein gibt es online unter www.lengemfeld.com